Ho 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 und herzlich Willkommen World's Finest Gamer am Start mit einem kurzen knackigen Video in dem ich euch an dieser Stelle nun mal eben schnell frohe Weihnachten wünschen möchte und ein wunderschönes erholsames Fest mit eurer Familie, mit euren Liebsten und mit euren Bekannten. Freunde, mögen all eure Wünsche heute in Erfüllung gehen und mögt ihr einen richtig schönen Abend zusammen erleben. Freunde, mich würde an dieser Stelle nochmal brennend interessieren, wie feiert ihr heute Weihnachten so? Was macht ihr am heutigen Tag? Was gibt es bei euch zu essen? Kocht ihr was Schönes zusammen oder seid ihr zu faul zum Kochen und, keine Ahnung, bestellt euch eine Pizza oder so? Was habt ihr auf eure Wunschzettel draufgeschrieben? Was wünscht ihr euch vom Christkind bzw. vom Weihnachtsmann? Das würde mich hier an dieser Stelle wirklich mal brennend interessieren. Ich habe mit meiner Frau auf jeden Fall gerade schon den Weihnachtsbaum aufgestellt. Wir haben zusammen den Weihnachtsbaum geschmückt und gleich geht es dann zur Schwiegermutter und dort gibt es dann eine leckere Bute und da werden wir dann eben unseren Weihnachtsabend zusammen verbringen, bis ich dann eben im Abendbereich nach Hause komme, um eben dann den Stream am heutigen Abend vorzubereiten. Ja Freunde, ich habe euch ja gestern bereits im Stream mitgeteilt, dass es heute Abend definitiv einen weiteren Adventskalender-Stream hier auf meinem Kanal geben wird. Ich schätze mal Pi mal Daumen, wie ihr es gewohnt seid, circa um 22 Uhr wird das Ganze losgehen. Ja, vielleicht dann brauchen wir auch noch ein bisschen länger bei der Schwiegermutter, dann wird es halt um 22, 30 oder 23 Uhr losgehen, aber es wird auf jeden Fall heute Abend noch einen Adventskalender-Stream geben, genauso wie morgen. Ja Freunde, andere Leute machen nur bis zum 24. Adventskalender. Wir machen auch noch morgen am 25. Adventskalender, die die bis zum 24. machen, sind Geringverdiener. Wir machen bis zum 25. und verlosen da auf jeden Fall noch viele schöne Sachen an euch. Ich zeige euch mal hier ein paar Beispiele, die wir eben jetzt noch heute und morgen an euch verlosen werden. Zum Beispiel hat uns hier die Firma Razer ein paar schöne Sachen zur Verfügung gestellt, unter anderem diese wunderschöne Gaming-Klustratur, die ihr hier gerade im Hintergrund seht, die knapp 150 Euro kostet. Unter anderem hat Razer uns die Naga X zur Verfügung gestellt und Razer hat uns das Opus X Headset zur Verfügung gestellt. Diese Dinge und noch viele weitere Dinge werden wir heute und auch morgen dann am 25.12. in unseren beiden letzten Adventskalender-Streams an euch verlosen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf. Ich freue mich auch mega darauf, die Kommentare hier unter diesem Video mir nachher anzugucken und durchzulesen, wie ihr eben euer Weihnachtsfest heute so verbringt. Und dann würde ich sagen, wenn ich an dieser Stelle raus, ich will euch an Weihnachten nicht allzu sehr auf den Sack gehen. Habt einfach noch ein schönes Weihnachtsfest und dann hören wir uns heute Abend wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.